Falls dies jetzt das erste Video ist, was du zum Gewinnspiel siehst, dann schau dir auf jeden Fall nochmal das Informationsvideo dazu an, sonst verstehst du hier ziemlich wenig. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Einmal, es werden keine Leerzeichen drin vorkommen, also jeden Tag gibt es einen Buchstaben, die Leerzeichen müsst ihr sozusagen selber setzen. Und am Ende von diesem Ganzen gibt es noch ein Satzzeichen, also der 23. Buchstabe ist ein Satzzeichen. Das soll auf jeden Fall ein kleiner Tipp sein, weil ich jetzt schon die ein oder andere E-Mail bekommen habe, wo das Ganze leider vergessen war. An der Stelle viel Spaß bei dem Video. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020